Musik Da kriegt man ja richtig Gänsehaut was Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei, gar nicht Für das Volk der G ist der Tod die Erlösung Und da sie den Planeten nicht verlassen können Könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen Sollte die Materia nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube nicht